Willkommen in diesem schicken KUGA Titanium Allrad mit Panoramadach in Panther Schwarz Metallic. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autors Bismarck. Der Motor dieses KUGA ist Schadstoff am Euro 4 und bekommt die grüne Plakette. Mittels Partikelfilter und niedrigem CO-Ausstoß gibt es eine günstige Steuer. Die Spiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Hier sitzen sie hoch, hier steigen sie hoch ein und aus. Das ist bequem. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Die 17 Zoll Leichmetallfelgen mit neuen Reifen unterstreichen den Offroad-Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Polster mit Lederstoffbezug bieten viel Seitenhalt. Durch das große Panoramadach aus Glas ist der Innenraum lichtdurchflutet. Für Ihre Sicherheit sorgen Sexairbag, ABS und ESP und ein Reserverad-Notrad. Ebenso wie die heizbare Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohlfühlklima. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös-Sportlich-Armisch. Mit diesem Kuga-Allrad werden Sie viel Spaß haben. Innen und außen wirkt dieser Kuga Titanium in Vollausstattung stets souverän. Der Wagen hat alle Inspektionen bekommen. Wir bieten ihn mit neuem TÜV an. Er stammt aus ersten Erstbesitz von Privathand. Kein Leihwagen. Schauen Sie vorbei. Fahren Sie mal Probe. Nur sagen wir unswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017